So, ich lade das letzte Facebook an. So, pass auf! Ravensburg, meine Einladung! Ich will alle Hände ohne Sohn aussehen! Wir sind die Hände in Ravensburg! Bitte, danke! Bitte, danke, danke! Warte, ich gebe mir viel nach Lausas erst. Also, ich habe mal eine Frage. Wer von euch hat Lust ein Fokus mit mir? Ja! Okay, wer will ein Autogramm haben? Ja! Und wer will beides schon später noch mit mir Party machen? Ja! Okay, eine Frage. Ich habe ein neues Video raus. Habt ihr das vielleicht schon gesehen? Ja! So, ich habe mir eine Freundin, die ist extra in die Ravensburg gekommen. Ihr Name ist Viktoria Swarowski. Macht mal bitte einmal Lärm! Ja! So, da ist die liebe Vicky, die ist extra gekommen. Die macht gerne auch mit euch Fotos. Das Video ist heute rausgekommen. Und ich muss sagen, bevor ich so viel rede, fangen wir jetzt an, damit auch alle wirklich mit dem Koto nach Hause gehen. So! Macht mal Musik, Leute!